Ich glaube, das menschliche Bewusstsein ist ein tragischer Fehltritt der Evolution. Wir sind uns unserer selbst zu sehr bewusst geworden. Die Natur hat einen Blickwinkel auf die Natur geschaffen, der von ihr getrennt ist. Wir sind Kreaturen, die es dem Naturgesetz nach nicht geben dürfte. Ich weiß nicht, was klingt. Ich habe noch gar nicht gewusst. Wir sind Dinge, die sich mit der Illusion abmühen, ein Ich zu besetzen. Diese Glorifizierung von sinnlichen Erfahrungen und Gefühlen, programmiert. Und der vollkommenen Gewissheit, dass wir alle jemand sind, wird in Wahrheit auch jedermann niemand ist. Ich würde mit der Scheiße ja nicht aus ihr entgehen, wenn ich du wäre. Die Leute in dieser Gegend sind nicht dieser Meinung. Ich bin nicht dieser Meinung. Der einzige Ausweg von unserer Speziesphäre, sich der Programmierung zu verweigern. Und sich nicht mehr vorzupflanzen. Hand in Hand dem Aussterben entgegenzusehen. Meine letzte Mitternacht. Die Rune und Schwestern verabschieden sich aus einem Vorne-Deal. Wenn ich jetzt an meine Tochter denke. An das, was ihr... ihr spartgebild ist. Das bin ich mir zu alt an. Was ist, was schon niemals geht. Wir können nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020